Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich letzten Mittwoch fast zum Lottomillionär geworden bin. Wie ihr wisst, spiele ich schon seit Jahrzehnten Lotto und es ist noch nie was passiert. Aber diesmal hätte es fast geklappt. Ich habe nämlich wieder getippt und einen Aboschein ausgefüllt. Ja, hier ist meine Spielquillung. So, ich habe die Zahlen 6, 11, 27, 20, 45, 47 im ersten Tipp und im zweiten Tipp 6, 9, 19, 24, 34, 39. Meine Zusatzzahl ist 6. Und Zahlen wurden gezogen 2, 9, 11, 33, 47, 48. Zubezahl viel. Ja, da habe ich ja knapp die Million verpasst. Das war ja schon mal ein 2. Hätte ich da die richtigen Zahlen angekreuzt, ja, dann wäre ich ja schon Millionär gewesen. Ja, das ist wieder das Prinzip. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Da kann ich immer Glück haben. Aber hätte ich die richtigen Zahlen angekreuzt, dann wäre ich ja jetzt schon Millionär gewesen. Oh, wenn euch das Video gefallen hat, klickt auf Abonniere.